Hablas Español? Parlez-vous Francais? Ni hué schoé Jung-Wen-Ma? Wenn du mit si, oui oder hué geantwortet hast, dir dieses Video aber auf Deutsch ansiehst, gehörst du wohl zur Mehrheit der zwei- oder mehrsprachigen Menschen auf der Welt. Du hast es auf Reisen leichter und kannst dir Filme ohne Untertitel ansehen, aber deine Mehrsprachigkeit bedeutet auch, dass dein Gehirn anders aussieht und funktioniert als das deiner einsprachigen Freunde. Was heißt es also, eine Sprache zu beherrschen? Zur Sprachkompetenz gehören generell zwei aktive Teile, Sprechen und Schreiben, und zwei passive, Lesen und Verstehen. Während ausgewogen Bilinguale in beiden Sprachen nahezu gleich gut sind, beherrschen die meisten Bilingualen ihre Sprachen in unterschiedlichem Maße. Abhängig von ihrer Situation und davon, wie sie die beiden Sprachen erlernt haben, kann man sie in drei Kategorien einteilen. Nehmen wir zum Beispiel Gabriela, deren Familie aus Peru in die USA einwanderte, als sie zwei Jahre alt war. Als kombiniert-Bilinguale entwickelt Gabriela zwei Sprachcodes parallel und lernt sowohl Englisch als auch Spanisch, während sie ihre Umwelt zu verstehen beginnt. Ihr Bruder im Teenageralter hingegen ist wohl eher ein koordiniert-Bilingualer, der mit zwei verschiedenen Konzepten arbeitet und in der Schule Englisch lernt, während er zu Hause und mit Freunden Spanisch spricht. Gabrielas Eltern schließlich sind vermutlich nachrangig bilingual und erlernen die zweite Sprache, indem sie diese durch ihre Primärsprache filtern. Da alle Arten von Bilingualen eine Sprache komplett beherrschen können, und zwar unabhängig von Akzent und Aussprache, sind die Unterschiede vielleicht nicht sofort erkennbar. Jüngste Fortschritte in der Gehirnabbildung haben Neurolinguisten jedoch gezeigt, wie bestimmte Aspekte des Sprachenlernens ein zweisprachiges Gehirn beeinflussen. Man weiß, dass die linke Gehirnhälfte bei logischen Prozessen dominanter und analytischer arbeitet, während die Rechte bei emotionalen und sozialen Prozessen aktiver ist, was jedoch nur eine Frage der Intensität ist und keine strikte Trennung. Die Tatsache, dass Sprache beide Funktionstypen umfasst, obwohl sich die Trennung erst mit dem Alter entwickelt, führte zu der Hypothese der kritischen Periode. Dieser Theorie zufolge lernen Kinder Sprachen leichter, weil ihnen die Plastizität ihrer jungen Gehirne erlaubt, beide Gehirnhälften für den Spracherwerb zu nutzen, während dies bei den meisten Erwachsenen auf eine Seite, meist die linke, beschränkt ist. Wenn das stimmt, könnte man durch das frühe Erlernen einer Sprache, deren soziale und emotionale Zusammenhänge besser verstehen. Neuere Studien haben gezeigt, dass Menschen, die als Erwachsene eine Zweitsprache erlernt haben, bei der Bewältigung von Problemen in dieser weniger emotional sind und rationaler denken als in ihrer Muttersprache. Aber unabhängig davon, wann man neue Sprachen erlernt, birgt Mehrsprachigkeit bemerkenswerte Vorteile für das Gehirn. Einige davon sind sogar sichtbar, wie etwa die höhere Dichte der grauen Zellen, wo die meisten Neuronen und Synapsen liegen, sowie höhere Aktivität in bestimmten Regionen beim Erlernen einer Zweitsprache. Das Training, dem ein zweisprachiges Gehirn unterzogen wird, kann auch dazu beitragen, Alterskrankheiten wie Alzheimer und Demenz hinaus zu zögern. Dass Zweisprachigkeit große kognitive Vorteile bringt, liegt heutzutage auf der Hand. Früher hätte das die Experten jedoch überrascht. Vor den 1960ern galt Zweisprachigkeit als Handicap, das die Kindesentwicklung bremst, weil es zu viel Energie kostet, die Sprachen auseinanderzuhalten. Eine Ansicht, die weitestgehend auf fehlerhaften Studien beruhte. Auch wenn eine Studie kürzlich ergab, dass manche zweisprachige Schüler in sprachübergreifenden Tests mehr Zeit brauchen und öfter Fehler machen, zeigte sie auch, dass der Aufwand für den Sprachwechsel mehr Aktivität im dorsolateralen präfrontalen Kortex auslöst und ihn sogar stärken kann. Diese Hirnregion spielt eine große Rolle bei der exekutiven Funktion, der Problemlösung, dem Wechsel zwischen Aufgaben und beim Herausfiltern irrelevanter Informationen. Zwar macht dich Zweisprachigkeit nicht unbedingt schlauer, aber das Gehirn ist dadurch gesünder, komplexer und aktiver. Und selbst wenn man nicht das Glück hatte, als Kind eine Zweitsprache zu erlernen, ist es nie zu spät, sich selbst einen Gefallen zu tun und den Sprung von Hallo zu Hola, Bonjour oder Ni Hao zu wagen. Denn beim Gehirn kann ein bisschen Training schon sehr viel bewirken. Wie nützt Mehrsprachigkeit deinem Gehirn? Finde es in diesem Video heraus und klicke auf Abonnieren, um jede Woche etwas Neues zu lernen.